Hallo, Kompi ist wieder mal in seinen Keller gegangen und geht jetzt an der Maisbirne ran. Und wird mal ein bisschen verlieren, ja? Freunde, bis gleich. Und jetzt fängt's los. Wir sagen, Kompi wird die ganze Schlecht-Frau. Was noch früher, die sagen Boxer, was? Ja, bei Astoria. Berlin, der älteste Boxer. Danke. Das war's erstmal, meine Freunde. Bis später, ja? Freunde, nun leg mal Hände in mein gemütliche Boxer-Mittchen. Tschüss, bis später. Jetzt wurde ich mich wohlfühlt. Grüß Gott.